Herzlich willkommen nun zum höchstwahrscheinlich letzten Part von F-0990. Falls ich tatsächlich doch noch mal es schaffe, die anderen Strecken freizuschalten, dann werde ich euch das natürlich zeigen, die Strecken, aber ansonsten nicht. Wir fangen sofort an mit dem Training, zwei Strecken stehen uns bevor, Mute City 3 nämlich zum Beispiel und Red Canyon 2 und die Credits, die wahrscheinlich keinen Menschen interessieren, aber ich natürlich trotzdem wie immer zeigen werde. Ist ja logisch, zeige ich ja eigentlich immer. Ah ja, hier kann man jetzt wirklich die Strecke sehr perfektionieren. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich von so einer Bombe auf Mute City 3 getroffen wurde. Ärgerlich, aber naja, was mir das Drehen bringen soll, kein Plan. Ja, ich habe eigentlich kein richtiges Gesprächsthema, weil das wird eigentlich heute recht schnell alles gehen. Ich kann ja kurz überlegen, ob mir sowas einfällt, aber ich denke eigentlich nicht. Auch an sich nicht schlimm. Das war's. Ich gehe hier in der zweiten Runde jetzt nochmal, machen wir nochmal 0. Wenn ich jetzt nochmal Totalschaden kriegen sollte, dann lassen wir es. Weil das ist nicht der Sinn der Sache, hier jetzt 50 mal zu versuchen. Ärgerlich, aber viel besser als vorher wieder. Vielleicht bringt mir da das Drehen was, aber kein Plan. Wären wir ja gleich mal ausprobieren können. Wir haben ja nur zwei Strecken vor uns, von daher passt das. Wir hören nochmal die schöne F799 Musik, beziehungsweise den Mute City Track. Na gut, ich brauche es jetzt gar nicht mehr. Der Weg ist eigentlich so gut wie frei. Auch gut. Habe ich nichts dagegen. Im Gegenteil, mich freut es eher, weil desto besser wird ja jetzt die Zeit noch. Wenn diese Zeiten natürlich nur relativ sind, bringen euch halt eigentlich nichts. Ja, aber in Ordnung. Der erste Versuch war natürlich scheiße, aber das erwarte ich auch. Nichts. War die letzte Runde nicht sogar die beste? Ja. Immer verbessert. Von Runde zu Runde. Sehr, sehr schön. Und dann jetzt noch, nicht Portown, Red Canyon 2. Die Strecke ist relativ schwierig. Ich glaube, da werde ich so oder so nicht so viel boosten. Ach stimmt, das war die Strecke, wo ich so bescheuert ausgeschieden bin, ne? Das können wir ja jetzt aber gleich nochmal ausprobieren. Wenn ich schätze mal, man müsste einfach nur zurückdrücken. Dann hätte man das geschafft. Wir probieren es jetzt. Oder vielleicht mit dem Turbo. Ja. Also definitiv hat es mit dem Turbo funktioniert. Ich habe auch zurückgedrückt. Ob es das jetzt gebracht hat, weiß ich nicht, aber schlecht war es auf jeden Fall scheinbar nicht. Tja, dann kann ich mir das merken, falls ich die Strecke nochmal im Online-Modus dran bekomme. Weil ab und zu werde ich es bestimmt trotzdem mal wieder spielen. Auch wenn jetzt wahrscheinlich der Content fertig ist vom Spiel. Na gut, es gibt noch einen zweiten Teil auf dem SNES. Ich weiß nicht, ob da jetzt was noch zu geplant ist. Ich habe den Turbo vergessen. War keine gute erste Runde, um ehrlich zu sein. Geht definitiv besser. Auch als wir vorhin das erste Mal gespielt haben, war es besser. Ich bin im Übrigen auch nochmal an Totalschaden ausgeschieden. Nicht hier, sondern woanders. Weil ich einfach schlecht war. Hier fahre ich einfach so langsam wie möglich durch, damit mir nichts passiert. Da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. Ah, Energie geht schon. Könnte natürlich mehr sein, aber für was noch mehr? Hier wieder drüber. Aber gut, das kann ich mir jetzt merken. Man kommt definitiv gut mit den Turbo drüber. Aber man muss halt auch erstmal im Online-Modus die Energie dafür erben, ne? Und man darf ja nicht vergessen, dort wird man auch die ganze Zeit gerammt und so eine Scheiße. Das kommt ja auch noch dazu. Naja. Ist halt nun mal so. Oh mein Gott, war das knapp. Nein. Okay, sehr schön. War natürlich auch nicht das Beste, aber ist egal. Ihr seht doch, die letzte Runde war gut. Die erste Runde war tatsächlich auch gar nicht so scheiße. Okay, dann jetzt noch die Credits. Das ging ja hier. Und die schauen wir uns jetzt an. Ja, F-Zero 99 ist ein ganz nettes Reboot, nenne ich es mal. Mit, ich sag mal, einer neuen Idee im F-Zero Style. Schön, dass man überhaupt nochmal was zur Reihe gemacht hat. Ich denke mal, das Spiel hat trotzdem gezeigt, Nintendo, dass es Interesse auf jeden Fall gibt. Gerade in den Anfangswochen war der Hype wirklich real. Äh, ja. Ich finde es schade, dass man wirklich diese letzten Strecken der Cups nur über die Cups freischalten kann. Nicht mal das, also, dass man die halt leider nicht mal mehr im Training spielen kann irgendwie. Klar ist auch irgendwo verständlich, dass man das so macht. Damit man auch belohnt wird, wenn man gut ist. Aber ich hätte sie euch halt trotzdem gerne gezeigt und ich bin halt nicht gut genug dafür. Ist ja kein Geheimnis. Ey, ja. Aber das war's für F-Zero 99. Hat mir nochmal viel Spaß gemacht. Mehr als der Originalteil tatsächlich. Dem falle ich nämlich zu brutal. So schwer. Was interessiert mich eigentlich Nintendo von Korea? Ja. Egal. Hongkong? China? Egal. Ja, hat mir nochmal Spaß gemacht. Danke wirklich für teilweise dieses erfolgreiche LP von F-790. Das ist damit abgeschlossen. Außer jetzt kommt tatsächlich nochmal Content vom zweiten Teil vom SNES hinzu, den es nur in Japan gab. Das weiß ich nicht. Wenn dem so ist, dann zeige ich euch das natürlich doch nochmal. Genauso wie wenn ich die anderen Strecken noch irgendwie freischalten sollte. Wenn nicht, war's das. Dann danke ich Nintendo nochmal fürs Reboot, sag ich mal. War schön, dass die Reihe das nochmal geschafft hat. Dann danke ich auch euch wieder fürs Ansehen dieses LP. 10 Parts war's jetzt glaube ich. Ist eine ganz schöne Länge für so ein Spiel. Hab euch ja eigentlich auch ordentlich was präsentiert. Das Spiel hat auch sehr viel Content dafür, dass es kostenlos ist, wenn man es so nimmt. Ja gut, aber jetzt wirklich danke fürs Zusehen dieses LPs. Wenn ihr die nächsten LPs nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Habt bis dahin noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Bis dann. Bis dann. Okay. Bye. Ciao. Vielen Dank.